Oh, hallo Freunde. Willkommen in meinem Spielzeugkindergarten. Ach, da kommt ein Zug. Heute bringt er die Spielzeuge. Prima, lasst uns mal zählen, wie viele es sind. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dankeschön, Lokführer. Bis später. Nicole, was lernen wir denn heute? Heute lernen wir, wie verschiedene Gemüsesorten heißen. Auf diesen Karten sehen wir Bilder von verschiedenem Gemüse. Mal schauen, ob ihr wisst, wie sie heißen und welche Farbe sie haben. So, wisst ihr, was auf diesem Bild zu sehen ist? Ich weiß es, ich weiß es. Äh, das, das ist Mais. Und Mais ist gelb. Gut gemacht. Und wie heißt dieses Gemüse? Äh, ich, ich glaube, das sind grüne Bohnen. Nein, das sind keine grüne Bohnen. Die Farbe stimmt. Es ist grün, dieses Gemüse. Aber das sind Erbsen. Da sind viele kleine grüne Kugeln drin. Das, das sind Karotten. Und die Farbe ist orange. Das hier sind Tomaten. Sie sind rot. Sind das Zucchini? Nein, ich glaube, das sind Gurken. Äh, ich weiß es nicht. Auf diesem Bild seht ihr Auberginen. Sie haben eine ganz dunkle Schale. Sieht fast aus wie schwarz. Ist aber eher ein dunkles Lila. So, mit dem Unterricht sind wir fertig. Jetzt muss ich den Zug rufen. Lokführer. Da bin ich. Wo fahren wir denn hin? Wir gehen auf den Bauernhof. Wir sammeln jetzt das Gemüse ein, das wir eben gelernt haben. Und ich koche euch was Leckeres daraus. Los geht's. So, da sind wir. Willkommen, Kinder. Hey, schaut mal die Pferde. Die sind aber schön. Oh, oh, Entschuldigung, Frau Henne. So, Kinder. Und jetzt könnt ihr hier dieses Gemüse pflücken und dann in diese Kiste füllen. Ich habe Auberginen gefunden. Das hier sind Tomaten. Und ich habe eine Karotte gebracht. Erbsen. Mais. Ich koche euch daraus einen leckeren Eintopf. Dankeschön, Frau Bäuerin. Dann leg ich so lange mal den Tisch. Mh, wie gut das riecht. So, das Essen ist fertig. Kommt zu Tisch, Kinder. Mh, Dankeschön. Lecker. So, Nicole. Ich habe die Betten für das Mittagsschläfchen vorbereitet. Dankeschön, Frau Bäuerin. So, Kinder. Ab ins Bett. Sie sind schon eingeschlafen. Ich finde, das war heute ein aufregender Tag auf dem Bauernhof. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschüss. 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 Tschüss.